ja ich dachte das wäre das von von mietboy ach so das gibt es ja auch noch ich glaube das habe ich nicht drin also blödsinn es war einmal ein hässlicher blaubarsch ich glaube ich ist mein gleichauf genau machen wir mal weiter ja wie ging es denn da weiter hatten wir da schon mal der brief ist bald fertig nimmt ihn morgen früh mit das waren seine worte wollen wir da noch mal angreifen moment mal wenigstens er sagt moment mal und meint es auch nein er sagt moment mal wenn ihr vom butler redet meint ihr ich darf gar nicht erzählen ich dadurch dass ich ja jetzt im virtual reality mehr ausprobieren konnte habe ich auch dieses spiel mal probiert und das ist echt eine bessere erfahrung als das normale welches jetzt ach so mein kraft ja dein kraft unser kraft kein eigentlich momentan kann ich mir noch das siegel auf meinem kanal geben kein kraft kein kraft ja keine minecraft videos auf diesem kanal und darauf bin ich stolz echt wirklich ja gar nichts lassen nur ein paar erwähnungen von dem aber eher in schlechterer hinsicht erwähnungen oder das internet ok sie war im flur und trug ein tablett ich mach mal sekunde Frau erlington ich möchte euch eine frage stellen oh gewiss doch was ist euer begeh erst so und dann wieder so gewiss doch und dann so 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 seicht lächelnd wieder ach ihr habt vorhin ausgesagt dass ihr euch entschuldigt hattet und was ihr hattet vorhin ausgesagt genau und auch dass ihr euch entschuldigt hattet moment ich mach mal was so dann siehst du mich auch ein bisschen besser ah du bist das hi cool hallo ja wenigstens siehst du mich ich dich nicht hey jetzt hast du mich wieder weg gemacht obwohl du kannst ja du 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 kannst dich ruhig da an der maus vergreifen ja ich muss ja ich kann ja nicht drücken ja richtig richtig ja du wolltest ja noch auf die toilette ne ja aber äh ich hab's abgefügt eine perle der natur was ich sag ich hab's in eine flasche abgefügt eine perle der natur rück ist länger als man trinkt oh das erinnert mich gerade an beer grills ok wie auch immer ach der survival typ ja dass ihr euch entschuldigt hattet und dass ihr die stube eures herren kurz nach 1 uhr verlassen hattet ja dann ist es so allerdings zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage und fragen sie ihren Arzt oder Apotheker wenn wir uns Frau Posts Aussage anschauen dann habt ihr euch beide getroffen während ihr außerhalb des Raumes wartete tete 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 ah das wollte ich Sega war auch gut Sega kommt was hin komm das Internet oh Moment das wollte ich gar nicht genau wie du ich bin einfach erschreckt die Tintenmonster ich glaub ich ess meinen gleichauf halt mal ich glaub ich ess meinen gleichauf bereit ok ich glaub ich ess meinen gleichauf größer juhuuPL juhuu oh weil es sich dazu beiträgt die Wachstumepsphasen der Haarwurzel zu verlängern wenn man ein Laborschäft Dr. Glenn gleichauf ist Ja, denn der ist voll mit Koffein, anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass der auf solche Ideen kommt. Der trinkt den ganzen Tag Kaffee. Was ist der totale Schwachsinn, Mann? Einmal hat er den sich versehentlich über den Kopf geschüttet und dabei die Eingebung gehabt, dass das ja seine Wachstumsphasen der Haarwurzeln verlängern könnte. Ja, und dann kam... Doping für die Haare. Ja, und dann kam, äh, nochmal, äh, FINISH HERR! Nein, das war's nicht. Was kam denn? Ich such gerade, Moment. Achso, das kann ich so nicht abspielen. Okay, dann mach ich so. Dann kam, ah, dann kam Jonathan Frakes und fragte, ist das vielleicht nur eine Lüge oder sagt er uns die Wahrheit? Nein, wirklich nicht. Okay, ähm, warum habt ihr das nicht schon früher erwähnt? Es war, dies, war, weil... Ich muss mich entschuldigen. Entschuld... Äh, nee. Entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen. Ich fürchte, ich habe einfach vergessen, dies zu erwähnen. Ja, ja. Ihr habt es vergessen. Frau Post erscheint oft mitten in der Nacht. Na, wenigstens kommt sie nicht mitten in der Nacht. Manchmal auch für eine Lieferung. Wenigstens kommt sie nicht mitten in der Nacht. Sie erscheint nur. Ich sah sie auch in jener Nacht, sie war nur mit einem Tablett begleitet. Bekleidet. Begleitet. Begleitet vielleicht auch. Da muss ich jetzt wieder an Olaf Schubert denken, wo er gesagt hat, er ging ins Kino, aber er war nicht allein. Eine Frau beglitt ihn. Oh Mann. Ich sah sie auch in jener Nacht. Doch ich dachte mir nichts dabei, schließlich war es schon fast alltäglich. Schellieslich. Erschellieslich. Es gab keinen Anlass, dies zu verbergen. Bitte vergib meine Verwirrtheit in diesen schweren Zeiten. Hm. Nun, so etwas kann durchaus vorkommen, das leuchtet. Nein. Vergessen ist menschlich. Das Gericht sieht hier kein Problem. Alles sollte in Ordnung sein. Oh Mann. Alles ist in Ordnung. Nee, das gibt es doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ja, ich habe den Sound jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, der geht auch nicht bei mir. Doch, bei Roller. Der geht nicht doch bei Roller. Der geht doch gar nicht. Ja, wie auch immer. Im Gegenteil, euer Ehren. Es gibt da noch eine Sache, die Frau Erlington vergessen hat, uns mitzuteilen. Was soll diese Sache sein? Erinnert euch doch daran, was Frau Post bezüglich ihres Aufeinandertreffens mit Frau Erlington in jener Nacht sagte. Ja, äh, oh, Frau Erlington natürlich. Sie war im Flur und trug ein Tablett. Und sonst nichts. Hm. Nun, Frau Erlington. Offenbar habt ihr zu dieser Zeit ein Tablett getragen. Und Minecraft gespielt. Was habt ihr dazu zu sagen? Nix. Ach nee, es. Nina Erlington, das Gericht ist der Meinung, dass dies eure Aussage ihr hinzufügen solltet. Nämlich. Ihr wünschet hohes Gericht. Es ist eher unwahrscheinlich... Juhu, was Neues. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sie wirklich etwas vergessen hat. Die Tatsache, dass sie versucht hat, es zu verbergen, muss etwas zu bedeuten haben. Frau Post ging just in dem Moment, in dem ich meinem Herrn sind übliches Getränk gebrachte. Ich glaube, das ist neu. Übliches Getränk ist irgendwie mir neu. Am nächsten Mal war ich wie versprochen dort, bla bla bla. Okay. Äh, hier angreifen? Na dann. Was genau meint ihr mit... Also, wenn die Experimente meines Meisters bis spät in die Nacht andauerten, nahm er schrittez ein Gläschen Saft zu sich hin. Und was war das für ein Saft? Frisch gepresst? Was ist unser Saft? Oh, das war falsch formuliert, aber... Was ist unser Saft? Das gibt's nicht als Sound. Ah! Köstritzer Schwarzbier. Das meine ich nicht. Das gibt's nicht als Sound. Nein, der Saft, den er getrunken hat, ist Orba. Achso, unser Saft. Ja, was sagtest du, als ich ihr gesagt habe, unser Saft? Anderen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gay. Unser Saft, ey. That's what she said. Ach, Mann. Ist gar nichts da, trink Orba. Oh, Mann. Ist sonst nichts da. Ist gar nichts da, kann's auch nicht Orba trinken. Aber ja, also... Aber das ist der perfekte Moment, um mal richtig Werbung für Orba zu machen. Jetzt müsste es nur noch im Ladenregal stehen. Wir haben ja einen Vertrag mit Orba. Denn Orba ist nicht nur eine Geschmacksrichtung, sondern ein... Lebensgefühl. Ein Ort in Spanien. Und das Lebensgefühl von diesem Ort in Spanien, also das ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich besser als hier. Nee, aber in diesem Ort in Spanien wachsen tatsächlich Früchte. Das ist quasi unten zwei Orangen und eine Banane raus. Orba. Was nochmal? Unten zwei Orangen und in der Mitte wächst eine Banane raus. Ja. Genau. So ist das. Ich freu mich schon auf die erste Zeichnung davon. Von der Orba-Frucht. Ach so, das ist eine Frucht. Ja klar. Moment. Die Orba-Frucht. Ich glaub, so ein ähnliches Logo hab ich doch schon mal gehabt. Gesehen, Orba? Ja, aber ich glaube... Oder war das so ein Smiley-Gesicht aus einer Orange? Nee, nee, Quatsch. Also ein Smiley-Gesicht mit zwei Orangenaugen und einer Nase aus Banane oder sowas. Ich meinte eigentlich das Ganze noch umgedreht. Ja. Okay. Ich weiß schon. Aber ja, die Orba-Frucht, die würde ich auch gern mal sehen. Nimmst du einfach dieses Gesicht von dir und... Zero-Barrel roll. Mache eine Rolle. Oh, apropos. Star Fox Zero ist raus. Ja, ich werde mich irgendwann mal dazu entschließen, dass auch du spielst. Ich mag Star Fox, schon immer. Ja, okay. Ich auch. Also, auf jeden Fall, Layla Dwarfs fand ich schön. Als es noch nicht übersetzt war. Ja. Ja. Oh, das hab ich bekommen, weil es 10 Euro... Nee, oder waren es noch 10 Mark? Auf jeden Fall war es im Angebot, im Expert damals. Da... Da durfte ich... Ich hab jetzt damals... Ah, gab es das eigentlich auch ohne Rumble Pack oder nur mit? Es gab es ohne. Ich hatte es ohne. Okay. Weil ich hatte mit. Okay, weiter. Saft. Wir waren bei Saft. Von was für einem Saft redet ihr? Das Leben, wie es sein sollte. Ja, klappt nicht ganz. Ist ja nur der Spruch. Mist. Ich hab nur Coke Zero gelesen. Ich wusste nicht, was es ist. Ja, ja. Na, es ist aus der Coke Zero Werbung. Deshalb. Ja, okay. Nee, dann war es halt Orba. Äh. Orba. Okay. Hey, das ist auch Orba. Von der Farbe Cut? Orange und Gelb. Bitte entschuldigt mich, mein Herr. Mein Herr! Ich hab grad überlegt, wo gibt's denn diesen Sound? Mein Herr! Den brauchen wir oder was? Mein Herr! Die nennen sich ja da auch öfter so. Ja. Mein... Mein Wetter Herr! Pfff. Ey, ich weiß nix darüber. Nix, überhaupt nix. Ne? Geh, Zeuge. Zeuge, was habt ihr dieses Mal verbrochen? Guck mich doch nicht so böse an, lieber guter Weihnachtsmann. Ich mag dieses Lied. Es war... Es war... Nur ein klitzekleines Schlückchen. Echt, Labyrinthia-Ehrenwort. Ich hab nur dran genippt. Ähm, wovon redet ihr da? Hä? Ähm, was glaubst du denn, wovon ich rede? Der Saft, der Tomatensaft, was ist sonst? Ich lege die Statue als Beweis vor. In Ordnung. Ich muss gestehen, diese Statue wird sehr profan. Nicht profan, sondern rodin. Das ist ein Geschenk, das ich mit verdammt viel Hingabe für meine Geliebte gemacht hab. Oh, dann ist sie also handgemacht. Wir haben übrigens die Fingerabdrücke des Angeklagten auf der Mordwaffe gefunden. Was? Das gibt's doch nicht. Das Ding ist handgemacht. Natürlich sind deine Fingerabdrücke da drauf.